Also, ich habe in meinem Leben immer sehr viel Wert auf falsche Sachen gelegt. Ich war immer gesund. Ich konnte laufen, bis ich mit 20 Jahren die Diagnose MS bekommen habe. Das Leben bleibt für mich vorbei. Ich war komplett am Boden. Du hast, wenn ich sage, jetzt 30 Sekunden, okay? Deine 30 Sekunden beginnen jetzt. Also, ich habe in meinem Leben immer sehr viel Wert auf falsche Sachen gelegt. Ich war immer gesund. Ich konnte laufen, bis ich mit 20 Jahren die Diagnose MS bekommen habe. Das Leben war für mich vorbei. Ich war komplett am Boden. Doch dann habe ich gemerkt, dass die richtige Kraft, die Leben von der Familie kommt, und dass man glücklich sein kann, egal wie es aussieht. Und das möchte ich jetzt mit meiner Ausstrahlung, mit meinem Lächeln, mit meiner Begeisterung, meiner Lebensfreude, den anderen Leuten mit auf den Weg geben. Und deshalb bin ich jetzt. Was ist dein Ziel? Also, du willst andere Menschen bewegen mit deiner Story? Habe ich es richtig verstanden? Mein großes Ziel ist es, so wie du, auf einer Bühne zu stehen, beziehungsweise zu sitzen, hoffentlich zu stehen, denn ich bin überzeugt, dass ich wieder gesund werde und wieder laufen kann. Ich bin überzeugt, dass du mit einer Bühne zu sehen bist. Hast du ein Programm, das du erzählen könntest dem Menschen? Hast du etwas schon? Leider noch nicht. Ich mache erst noch meinen Master im Bauingenieur auf der Uni in Amsterdam. Auch noch? Das ist das, was meine Eltern immer von mir wollten und wofür auch sie viel Geil aussehen haben. Ich habe einfach das Gefühl, ich muss es noch machen. Ich werde im Oktober meine Masterarbeit abgeben und dann werde ich mir erstmal ein Jahr Auszeit nehmen, meine Programme vorbereiten und dann werde ich voll durchstaffeln. Ich werde im Oktober meine Masterarbeit abgeben und dann werde ich voll durchstaffeln. Ich werde im Oktober meine Masterarbeit abgeben und dann werde ich voll durchstaffeln. Ich werde im Oktober meine Masterarbeit abgeben und dann werde ich voll durchstaffeln. Ich werde im Oktober meine Masterarbeit abgeben und dann werde ich voll durchstaffeln. Vielen Dank.